Jedes Leben ist wertvoll. In den letzten Tagen bemerke ich, dass wir öffentlich sehr stark darüber diskutieren, wie viel Wert ein Menschenleben hat. In der ganzen Abwägung, wie sollen die Corona-Maßnahmen gelockert werden, wie gehen wir mit der Ankupplung der Wirtschaft um, wie viel Risiko wollen wir eingehen, ist immer wieder die Frage, was sind Menschenleben denn wert? Ist jemand, der an Corona stirbt, anders zu bewerten, wie jemand, der mit Corona stirbt? Was ist mit Menschen, die Vorerkrankungen haben, sind die nicht mehr so wichtig oder sehr wichtig? In den letzten Tagen hat sogar ein bekannter Politiker die Gleichung öffentlich aufgemacht. Auf der einen Seite 80-Jährige in unserem Land, die sowieso bald sterben werden, und junge Menschen in Dritte-Weltländern. Diese Diskussion macht mich ein bisschen unruhig. Natürlich weiß ich, dass Politik kein Wunschkonzept ist. Wir werden nicht auf der ganzen Welt Gerechtigkeit herstellen können. Und der Tod gehört zum Leben. Auch damit müssen wir lernen, umzugehen. Nichtsdestotrotz, aus einer christlichen Weltperspektive ist jedes Leben gleich viel wert. Und jedes Leben verdient es, geschützt zu werden, und jedes Leben verdient es, gelebt zu werden. Deswegen ist mein Wunsch und meine Bitte, lasst uns nicht an solchen Diskussionen uns beteiligen. Denn dein Leben und jedes andere Leben ist gleich viel wertvoll. 8.2 8.3 9.3 8.4 11.9 12.9